Mein Fazit zum Dragan Event. Bevor das Video losgeht, Nummer 1 Gameplay im Hintergrund. Ganz viele Dragan Runs, die ich so nebenbei aufgenommen habe. Fast ausschließlich auf Fatal, der höchste Schwierigkeitsgrad oder auch Modus 3 genannt. Oder auch auf Deutsch, glaube ich, qualvoll. Ich verwechsel qualvoll mit Schmerzhaft immer. Aber das nächste Video soll dann den Titel tragen, euer Dragan Event Fazit. So irgendwie um den Dreh. Das heißt, wer etwas loswerden möchte. Positiv, negativ, vollkommen egal. Mit etwas Glück kommt man dann ins nächste Video. Mal schauen, wenn genügend Kommentare zusammenkommen, dann ziehe ich das durch. Aber los geht's. Ja, das Dragan Event ist mit dem heutigen Tag Geschichte. Das neue und abgeänderte, aktualisierte Dragan Event. Was kann man abschließend dazu sagen? Ich möchte beginnen und zwar bei meinen Test-Server-Videos zum Dragan Event von vor 3, 4 Wochen so in etwa. Ich war am Anfang sehr neutral gegenüber dem ganzen Update eingestellt. Also was hat sich geändert im Vergleich zum letzten Dragan Event. Allerdings muss man ehrlich sagen, es gab schon einen Shitstorm irgendwie wegen dem alten Dragan Set. Man hat gesehen, 5 Sekunden nachdem ich das Video hochgeladen habe, irgendwie so, okay, diese Sets gibt, das alte Dragan Set fehlt. Was soll das? Größte hier und dies und das. Das könnt ihr nicht bringen. Lasst das Dragan Event so wie es mal war und so. Was ist das für ein Schrott? Und dann muss man sich um 30.000 Dragan das alte Set gönnen. Und man hat dem neuen Set im Prinzip nie so richtig eine Chance gegeben. Ich habe weder gesagt, dass es gut ist, noch dass es schlecht ist. Der einzige Kritikpunkt war am Anfang, natürlich, den muss jeder unterschreiben. Schade, dass man das alte Set nicht mehr einfach so freispielen kann. Dann, nachdem man das ein bisschen gesehen hat, dass die Leute eigentlich Dragan, ich sag mal zu 50% deshalb wollten, um das Dragan Set zu erspielen und 50% deshalb, weil in der Burg Rabenschrei ziemlich gute Drops vorhanden sind, ist man ein bisschen zurückgerudert und hat gesagt, okay, ihr könnt während der gesamten Dragan Event-Dauer das alte Set kaufen und wir machen es sogar billiger. Also mit den 10.000 Dragan, das wusste man ja schon von vor einigen Monaten am Tester, war das Angebot mal testweise da. Ja, und nun hat man es für 6.400 Dragan eingeführt, beziehungsweise man konnte sich sogar die Einzelteile kaufen. Wer noch was auf der Bank liegen hatte, ist sogar noch billiger weggekommen oder wer ein bisschen mit den Glückssphären gepokert hat. Dann hieß es wiederum so, ja, aber 6.400, das kann man sich ja trotzdem nicht erspielen. Da muss ich jedoch sagen, den Preis, ja, da mache ich mir jetzt bestimmt keine Freunde, aber den Preis finde ich gerechtfertigt. Der ist fair, denn so heftig, wie man jetzt während diesem Dragan Event die Dragan farmen konnte und wie ich es vorhergesagt habe, 20k sind so, wenn man viel zockt und 40k Dragan, wenn man richtig, richtig viel gezockt hat und ich kenne Leute, die haben mir geschrieben, 40k Dragan easygoing während dem Event gefarmt. Okay, die haben aber auch echt viele Dragan und Spinneruns gemacht. So, und mit diesen 40.000 könnten sie sich mehrmals das alte Dragan Set kaufen, plus die haben ja die beiden neuen Sets dann auch noch voll bekommen, weil sie so viele Runs gemacht haben. Sprich, drei Sets im Endeffekt. Und, äh, ja, das heißt, dieser Punkt, dass dann so viele Dragan gedroppt sind, ich meine 40 Dragan Minimum und sogar auf normal, habe ich gesehen, bei den 30 Runs, die ich da absolviert habe, häufig mal 80, 50, 25, dann gibt's noch die Jackpots und so. Also Dragan gab's wie Sand am Meer und die Drops von Dragan an sich, die waren auch genial. Von daher hab ich dann schon so gemerkt, die Spiele haben sich auch ein wenig beruhigt, weil man echt gemerkt hat, man kann sich locker, den meisten hat nur noch der Mantel gefehlt, den Mantel kann man sich von den Dragan her locker erfarmen, nur in diesem Event. Und dann hat man so das Gefühl bekommen, okay, eigentlich alles halb so wild, denn unterm Strich, im Endeffekt, und das fand ich so schade, hätten sie doch einfach das alte Dragan-Set im Spiel gelassen und fertig, dann wären alle zufrieden gewesen, denn das Dragan-Event an sich, das hat sich, finde ich, in jeder Hinsicht verbessert. Warum? Es gibt eine neue tägliche Quest, die man, ja, einmal am Tag machen konnte, für entweder zwei Fluchperlen auf Normal, eine mächtige Fluchperle oder einige, oh, ich hasse das mit den Fluchperlen, das ist so verwirrend, oder einige Zutritts-Fluchperlen auf jeden Fall. Dann, in der Schwerenburg-Rabenschrei, diese Stapel an Fluchperlen, die es da gab, 6er Stapel, 7er Stapel, 4er Stapel und das am laufenden Band, also wenn, dann haben sich die Drops in dieser Hinsicht verbessert. Zusätzlich gibt's jetzt diese Random-Enchantment-Mobs und so, und da haben sie richtig viele von denen in der Zone verteilt und das bedeutet, sehr viel extra Loot. Da konnte man recht viele außergewöhnliche Items erfarmen. Früher war's eher so, glaube ich, mehr grün als pink, aber jetzt gab's da echt sehr schöne Drops. Das heißt, das waren mal diese Geschichten und das alte Dragan-Set, ja. Dann gab's ja noch die Spinne, neu dazu, ich hätt's einfach so gemacht, wenn die unbedingt zwei neue Sets einführen wollten, die beiden Sets von mir aus bei der Spinne und dann noch einen Boss einbauen und bei Dragan einfach das alte Set belassen, dann wären alle zufrieden gewesen, alle glücklich. Das Argument war ja, warum diese neuen Sets? Das Argument lautete, wir wollen nicht, dass jeder mit demselben Set rumläuft, denn Dragan ist aktuell einfach für Zweihandspieler top-notch, also da gibt's nichts Besseres. Und mit den beiden Sets, die sind in der Tat relativ gut, ich meine 20% Run-Speed, hatten wir bisher noch nie auf nem Set mit Schuhen, dann der Waffenschaden 40%, der Effekt reißt wahrscheinlich die Sets raus. Und die sind in Wahrheit gar nicht so schlecht, wie man am Anfang gedacht hat, aber für die meisten wahrscheinlich trotzdem nicht zu gebrauchen, wenn man das alte Set hat. Als Beispiel, Lucanta, Grüße an dich an dieser Stelle, sorry, dass ich dich jetzt als Beispiel nehme, aber von dem weiß ich zum Beispiel, er hat einen Top-Grundschaden, als Zwerg hat man einen hohen Grundschaden und keine kritische Trefferwertung. Und er wird wahrscheinlich vorrangig für seine Farmrouten so das alte Set weiterhin tragen, obwohl er beide vom neuen Set besitzt und er hat während dem Dragan-Event, keine Ahnung, zigtausende Dragen gefarmt, auf jeden Fall fünfstellig, sprich, obwohl die beiden neuen Sets interessant sind, schöne Effekte, das mit dem Laser ist echt mal grenzgenial und sehr, sehr, sehr einzigartig und hat auch bestimmt seine Daseinsberechtigung für diverse Farmsituationen oder im PvP wäre das bestimmt auch interessant, so wie das neue defensive Set mit den ganzen Stapelungen, aber, ja, ich sag mal zum Farmen, kann ein Drachenkrieger dieses defensive Set nicht verwenden. Wenn ein Zweihand-DK Schaden auszahlen will, dann kommt er am alten Dragan-Set wahrscheinlich nicht drumherum. Jo, aber worauf ich zurückkommen wollte, Argument war, zwei neue Sets, das alte Set weg, das droppt nicht mehr, denn wir wollen, dass die Leute andere Sets tragen, aber warum bietet man dann das Set bei Knob an? Das, von daher, das hat nicht so viel Sinn ergeben, ich hätte das Set im Spiel gelassen, ganz normal, fertig, dann wären alle happy gewesen, da hätte jeder zehn von zehn Sternen abgegeben als Bewertung und genau, das waren mal diese Themen, die ich abarbeiten wollte, dann eine neue Waffe, die eigentlich nicht so schlecht ist und ich bin mir, die kommt zwar von den Stats her nicht an eine gecraftete Goldwaffe ran, aber der Effekt ist lustig und die Waffe sieht auch genial aus, jedoch hat man es echt so gemacht, dass nur ein kleiner Bruchteil der Spieler die Waffe auf Rang 1 bekommen kann oder bekommen hat und vielleicht noch weniger Leute, die dann craften konnten mit diesen drei Element-Essenzen. Ich bin mir sicher, viele Leute wissen gar nicht, wovon ich spreche, die haben noch nie so einen Teil gesehen, ich ja auch nicht, obwohl ich fairerweise nicht so oft in diesen vier Basiszonen drin war, 60, 30, 90, 120 Perlen. Ich war da schon ein paar Mal drin, wegen der Daily und so, aber bestimmt keine 50 Runs pro Tag, wie es mir von manchen Leuten berichtet wurde, die dann die Waffe im Endeffekt bekommen haben. Aber das wäre vielleicht auch interessanter gewesen, das irgendwie so zu gestalten, dass wenn man die Waffe schon so großartig anpreist, bei den Event-Belohnungen, wenn man eh klickt, hier die Waffe, aber in Wahrheit bekommt die niemand. Ich meine, früher war es so, man öffnet das Event-Fenster und hat gesehen, 9000 Event-Fortschritt, das Item am Ende hat man zu 100% bekommen, man konnte sich das alles durchkalkulieren, aber wenn man vom Pech gesegnet ist, und ich weiß, es gibt manche Accounts, die haben sehr viel Pech, die haben keines der Sets bekommen, die haben kein einziges Waffenteil bekommen, und so weiter und so fort. Genau, aber im Grunde, so die Burg Rabenschrei, hat mir sehr gut gefallen, die täglichen Quests waren interessant, die haben nochmal eine zusätzliche Motivation gegeben, dass man die anderen Zonen betreten hat. Von daher, das normale Event, Burg Rabenschrei, normal und schwer, sehr gut, schöne Drops, ich habe richtig viel an der Mand gefarmt, obwohl ich im Vergleich zu anderen noch ein bisschen weniger gefarmt habe. Und, yo. So, dann geht es aber weiter, zwei Herausforderungen. Weil alles andere so stark angehoben wurde, sprich, heftigste Draken Drops bei Dragan und der Spinne, die Events waren unnötig, und so viele Leute haben einfach drauf verzichtet, ich frage so in der Gruppe, hat jemand Bock, Mini-Events, in Dragan Runs eben, und alle so, ne, bis Zeitverschwendung, ich mach das nicht. Die haben keine einzige Runde durch die Eventzone gedreht, vom Mini-Event, und das muss ich sagen, finde ich echt schade, dass das Mini-Event irgendwie einfach so geblieben ist, denn, wenn man schon die Draken Drops bei Dragan so enorm anhebt, dann kann man nicht ein Mini-Event raushauen, wo man tausende Fluchperlen benötigt, und dann gibt es am Ende 300 Draken, die man bei, innerhalb weniger Minuten bei Dragan erfarmt hat. das hat irgendwie nicht so ganz zusammengepasst, und auch hier waren die Belohnungen jetzt nicht überragend, es gab zweimal diesen Lebenspunkte-Stein, den kann man craften, wenn man drei davon hat, aber man konnte in dem Event nur zwei erspielen, das heißt, neue Spieler hatten da auch nichts von, und wer weiß, wann Dragan wiederkommt, es hieß zwar, oder es heißt noch immer, es soll irgendwann häufiger auftreten, das Dragan-Event, aber, wann es im Endeffekt wirklich wiederkommt, das weiß man nicht. Dann gab es als Belohnung beim Mini-Event mal beim Eventfortschritt ein legendäres Item, und das bei irgendwie 1500 Eventfortschritt oder so, ist jetzt nicht bei 1500, keine Ahnung, nur ein Beispiel, und in Wahrheit, bis man diese 1500 erreicht, hat man 20 Dragan-Runs absolviert, und bei Dragan droppt mindestens ein Leg, ich hatte manchmal vier, das heißt, dieses eine legendäre Item beim Eventfortschritt, das war schon fast lächerlich, das Beste war irgendwie wie der Edelsteinbeutel, aber wenn man Pech hat, kommt dann normaler Diamant raus, und da hat man auch diese Steine erfarmt, in der Zwischenzeit, wenn man die Fluchperlen für die 90, Fluchperlen beim Besparen von diesen vier Bossen ausgegeben hat, und so, also die Mini-Events, das erste Mini-Event war schon mal nicht so fein, was jetzt Aufwand gegen Belohnung betrifft, was ich gut finde, ist, dass es jetzt auch Schwierigkeitsgrade für alles gibt, das heißt, wenn jemand sagt, normal ist mir zu einfach und so, ich habe so einen guten Charakter, einfach bei schmerzhaft oder qualvoll reinschauen, das ist mal ein fetter Pluspunkt, aber ansonsten die Belohnung, und dann auch beim zweiten Mini-Event, keine Ahnung, warum ich es durchgezogen habe, es war vielleicht nicht so schlau, aber ich habe da extra noch mehrere Stunden durchgezockt, um die 2000-Event-Fortschritt zu erhalten, im Endeffekt kam ein normaler Diamant bei mir raus, und diese paar hundert Draken, da hätte ich paar tausend Beitragern in der Zwischenzeit gemacht. Ja, das waren mal diese Sachen. Dann, die Amphorn wurden leider stark entschärft, so, die Goldene, ich habe vielleicht drei Goldene, vier Goldene, wenn es hochkommt, geöffnet, ich wollte ja eigentlich meine ganzen Amphorn-Schlüssel nur bei den Goldenen rausballern, Satz mit X, das war wohl nix, aber das will ich jetzt auch gar nicht weiter bewerten. Dann ein vollkommen neuer Boss, diese Spinne plus neues Reiztier und so ist auch fein, muss man sagen, denn, ja, mehr Reiztiere bedeutet, dass nicht jeder dasselbe Mount verwendet. Ich habe zwar größtenteils gehört, dass die Spinne eher hässlich sein soll, aber, ja, gab es ein neues Reiztier. Die ganzen Kritikpunkte in allen Ähren, aber unterm Strich muss man eigentlich sagen, dass man so von den Belohnungen her, die jetzt bei Bossen, bei normalen Mobs, bei Dragern und der Witwe gedroppt sind, da konnte man sich echt nicht beschweren. Noch dazu, man konnte in alle Zonen einfach so rein, man hat für die schwere Burg keinen Zutritt benötigt oder so, da konnte man so häufig reingehen, wie man möchte oder mochte. Die, die Mobs mit 90 Fluchperlen sind auch relativ schnell gefallen jetzt, wo jeder immer stärker und stärker und stärker wird und die krassen Zwerge mit ihren einfach rote Essenzen, Geschütze aufstellen, da konnte man sehr schnell farmen und von daher muss ich eigentlich sagen, dass ich das Event nicht so schlecht fand. Ich hätte aber auch nichts dagegen gehabt und das ist eben die Sache, die viele nicht verstehen. Niemand hätte, glaube ich, was dagegen gehabt, wenn einfach das alte Event so wie es war eins zu eins wiedergekommen wäre. Von mir aus auch noch mit dem Knob, mit seinen, den farbenfrohen oder farblosen Knob, den man besiegen konnte, das wäre null Aufwand gewesen. Die hätten nichts programmieren müssen, keine neuen Items einführen, keine neuen Waffen designen, einfach nur das alte Event, das wollte ja jeder haben. Das wäre auch in Ordnung gewesen. Aber nun sei es drum, neue Sets, denn sie wollen nicht, dass jeder das alte Tragan-Set trägt. Gut, dann würde ich sagen, war es das mal mit meiner Meinung zum Tragan-Event. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, es geht einfach beim nächsten Mal weiter. Oh, ich spiele jetzt mal. Oh.